OLE! 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 Ich bin Cha-Cha-Cha! Hey, ciao Ulysses! Bist du ein Extra von Ibiza? Ja, ich bin ja... Zu mir gekommen? Äh... Auch? Ja! Warte mal kurz, ich fahre mit dir schnell... Wo musst du nachher ran? Lexai City! Lexai! Ich fahre mit dir schnell eine kleine Runde, ich zeige dir wieder mal Zürich, denn Ulysses war schon lange nicht mehr da. Wir haben ein wunderschönes Auto extra für dich. Ja, vielen Dank, wow! Und Audi SQ7 von Ramaguto gegeben. Ui! Dann kannst du dir noch kurz... Nimmst du vielleicht das Auto mit? Nimmst du vielleicht das Auto mit? Nimmst du vielleicht das Auto mit? Und als kleine Vitaminenfrischung, Vitamin Mell, entweder mit Zitrone oder mit Pfirsich. Welchen hättest du lieber? Zitrone. Zitrone? Probier mal, ist wirklich noch gut. Wunderbar, Vitamine ist immer gut. Genau, ist immer noch gut. So. Ja, schön, dann stossen wir auf das an. Genau! Champagner kommt später. Champagner kommt später, heute Abend. Ulysses, geil, dass es grob ist. Ja, gerne. Ja, gerne. Endlich klatscht mich ein, du Mann! Ich müsste ja schon lange mal auf Ibiza kommen, das weisst ja du. Ulysses Brau, für dich, was du nicht wüsst, ist der Mr. Ibiza himself und der Host vom... Lio Ibiza. Lio vom weltbekannten... Lio vom weltbekannten... Zeig mal dein Signet. Vom weltbekannten Lio. Lio Ibiza, go aza, maraza. Wie heisst das auf Spanisch? Äh, nicht ganz, nein. Hast du es Spanisch? Lio Ibiza ist schon einer der exklusivsten Lade auf der Welt. Ja, und was machst du eigentlich dort? Ich bin der Gastgeber. Also jeden Abend Party? Nein. Die ganze Saison? Was war morgen um 6 Uhr? Ungefähr. Nein, es ist Club-Restaurant Cabaret. Und ich muss dir vorstellen, Las Vegas, Broadway, in die Richtung. Und wir haben internationale Gäste natürlich. Zum Beispiel? Von Leonardo DiCaprio, Johnny Deppheimer, Letztica, Madonna, Giorgio Mani. Auch Herren wie Bill Gates und Paul McCartney. Hast du bereits jetzt schon Reservationen für die Saison? Wenn du mich jetzt fragst, könnte ich noch einen Tisch haben, jetzt am Juli, dann muss ich dir sagen, besonders die wöchenden Tage, ja, die müsste ich auf der Liste tun. In den Wort? Ja. Sind das schon so gut geburtet? Ja, ja. Aber weisst du, es ist ja sowieso Ibiza, ich habe gehört dieses Jahr, oder? Bei Ägypten läuft es nicht so rund, der arabische Raum ist auch ein bisschen heikel. Darum Spanien, vor allem Ibiza, wird ja wieder dieses Hotspot sein dieses Jahr, gell? Ja, Ibiza ist schon bei Ägypten trendig und man hat ein bisschen die Sicherheitsgefühl, da in Spanien schon selber, aus ihren eigenen Situationen schon früher, sind sie ein bisschen eher abgesichert als sonst Europäer. Was merkst du, wenn du nach einem Flughafen ankommst und so? Hat die Ibiza einen eigenen Flughafen? Oh ja, einer von den schicksten in Europa sogar. Oder für Privatjet nehme ich an. Nein, das haben wir auch, wir haben über 100 Privatjetanflüge pro Woche, nur zum sagen. 100? Mhm. Ich liebe, ja, jetzt kommen die Leute von Hollywood durchs Nachtessen zu uns. Das ist der wunderschöne Zürichsee, hier mit dem Alpenpanorama. Das sieht fast aus wie ein Colorado, frisch beschneit für dich. Du, Colorado. Frisch beschneit für dich. Das ist Schweiz, das ist ja wunderschön, ich finde das schön. Wann warst du letztes Mal in der Schweiz? Ähm, vor einem Jahr. Da hatte ich noch eine Veranstaltung hier. Okay. Du weisst ja noch, wo wir uns kennengelernt haben. Aber halt nur für 1-2 Uhr begleiten, ja. Wo haben wir uns kennengelernt? Im ehemaligen legendären Club Roxy. Roxy. Roxy Zürich. Oh ja. Für die, die es nicht kennen, Roxy Beate Gass war damals der Hotspot in Zürich. Vor der Kaufleute. Da musst du auch warten, bis der Tisch rüberkommt, um das Essen zu tun. Ja. Und dann mal, ja. Also Jean-Pierre Gretzer. Und Peter Renner musste man kennen. Peter Renner musste man kennen. Ja, und dich musste man kennen. Ja. Sag mal, wohnst du selber in Ibiza, Downtown? Ja, ja. Wo wohnst du in Ibiza? Ja, ja. Ich bin dort Resident schon seit Jahren. Hast du ein eigenes Haus, eine Wohnung? Eine Wohnung in der Nähe, wo ich arbeite. Von Lyon. An der Promenade. Und an dem Yachthafen La Marina. Da wohne ich und ich habe nichts mit. Und ich darf ruhig ins Küppchen mehr trinken mit meinem Gast. Ich muss nur über die Strasse laufen, so ungefähr. Und, ja. Aber am Wochenende bin ich schon bei meinem Schatz zu Hause. Also du bist liiert, oder? Ich bin liiert und mein Schatz zu Hause. In einem wunderschönen Haus am Land. Und ich geniesse mich ein bisschen. Ich kreiere zu Hause. Hast du eigentlich viele Zürcher, die du selber auch noch kennst? Also prominente Zürcher, die in Ibiza verkehrt? Oder auch in Häusern? Ja, auch in Häusern. Und auch bei mir Gäste. Zum Beispiel? Roger Schawinski natürlich auch. Roger Schawinski? Ja, ja. Ist er Gast bei dir? Ja, ja klar. Das habe ich gefunden. Lio habe ich gefunden. Das habe ich gefunden, oder? Du, der hat Geschmack, muss ich sagen. Der Herr Schawinski hat Geschmack. Und wer ist sonst noch? Wer ist sonst noch? Und danke Herr Schawinski. Sonst hätten wir heute noch kein Radio. Ja, stimmt. Das muss man nicht vergessen. Radio 24. Oh, da haben wir alles gekämpft. Du, ich sehe es dir. Alles gekämpft. Ich habe da ganz schön unterschrieben. Ähm, ja. Aber du, sagen Sie mal. Ich habe ja eigentlich, das habe ich gar nicht gewusst. Deine Wurstler sind Argentinisch, gell? Geboren in Argentinien. Wo genau? In der Dschungel. Smith in der Dschungel? Ja, in Missionen. Also du bist eigentlich ein Tarzan, oder? Natürlich schon wieder. Tarzan? Jetzt ein Jungle Boy. Ja, ja. Ich fliege immer zu einem Nest herum. Äh, nein. Ja, früher noch in einem anderen Nest. Äh, nein. Du weisst ja, meine Familie und alle sind wahrscheinlich Schweizer. Aus Bern. Und die sind mal ausgewandert. Ja, und die sogenannten Ausländer. Schweizer. Und wie lange hast du denn in Argentinien gewohnt? Bis zum 12. Alter. Ja, ich bin dort geboren. Mein Vater ist aus Bern und Mutter aus Wallis. Und sie sind mal ausgewandert da. Aha. Auf sehr vielen Schweizer. Und mein Onkel, mein Onkel Renner wohnt auch noch dort. Und hat noch seine Feige und seine Wälder. Ja, ja. Und, äh, aber schön. Ist ein Airtop in dir, Sibyl. Gell? Ehm, mein lieber Freund. Und der ist auch immer gerne, äh, ich habe mich immer gerne besuchen. Der, der, der Gregori Gni. Und, äh. Und, äh. Und, äh. Ja, wir haben immer Spass. Wir reden auch immer gerne Spanisch zusammen. Kannst du Spanisch? Ja, klar. Sag mal etwas auf Spanisch. Sag mal, äh. Sag mal, äh. Sag mal, äh. Das ist ein guter Trick. Bueno, te digo. El producto esta la vitamina well reloaded. Ehm. Muy rico. Muy riquísimo. Muchos gamito, die reloaded, die vitamin, vitamin well. Lo recomendo. Ich habe leider nicht Spanisch, ich habe nur ein bisschen Englisch, noch ein bisschen Französisch und noch ein bisschen Russisch. Russisch? Ja, meine Mutter ist Russin. Ah, schon. Ja, das schneide ich aber nachher raus. Ja. Ja, schön, du. Schau übrigens an den Zirkusknie. Ja. Kannst du ihn schauen? Du, ich habe keine Zeit. Wieso machst du morgens Abend? Äh. Ich bin auch hier. Morgen Abend. I'm late side? Ja, der läuft aber besser ab morgen. Heute sind zwei Tage Partys. Ja. Ja, der Sommer fängt bei euch auch an. Aber dann musst du ein bisschen Vitamintrink trinken, damit du überhaupt noch durchhältst. Ja, aber ganz sicher Vitamine. Und dann noch zwei. Hast du gesehen, es hat auch noch Magnesium drin? Und Zink? Das habe ich gebraucht. Du, im Alten muss ich mal ein bisschen aufpassen, eine gute Ernährung. Dann lebe ich auch für Pizza. Wir haben das beste Restaurant, das beste mediterranische Essen, ist gesund. Schau, jetzt sind wir da. Das kannst du gerade hier halten, vor dem Euro. Wunderbar. Ja, so. Ist das gut für dich? Ja, das ist wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Wir fahren hier noch schnell um die Ecke, weil bei uns sind immer viele Fussgänge, die Platz haben. Darf ich das mitnehmen? Das darfst du auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Und äh... Fein, muss ich sagen. Vielleicht gleich hier vorne, vor dem Golf. Ja, super. Eugen. Das ist gut. Du, das wäre es eigentlich schon gewesen, ein kurzer Tag. Ja. Der wird am Montag ausgestrahlt. Wunderbar. Gell? Hey, Ulysses hat mich sehr gefreut. Eugen, ebenfalls. Hasta la vista. Ja, du äh... Ja, du äh... Schön, dich wieder mal sehen. Du bist schön, dich überweilen dich. Ja, ja, ja. Ulysses Brown from Ibiza. Ja, vielen Dank. Und Jungs, ihr habt einen super Job gemacht. Okay. Tschau zusammen. Also wenn bei Eugen... Ja, kannst du bei mir arbeiten. Okay. Tschau zusammen. Tschüss. Ciao, ciao.